Künstliche Intelligenz. Macht sie uns reich oder bringt sie uns um? Oder ja vielleicht auch beides hintereinander. Vielleicht ist es aber auch ganz anders und das Ganze ist wieder mal nur ein riesiger Hype und eine riesen Übertreibung. Was ja vor allem für Anleger, die auf künstliche Intelligenz setzen, relativ unschön wäre. Dazu gleich mehr. Künstliche Intelligenz. Was rollt da auf uns zu? Die einen sind schwer begeistert, die anderen sind hoch alarmiert. Die sehen eine Technologie auf uns zukommen, die uns überlegen ist, die uns verdrängen wird, die uns am Ende vielleicht sogar auslöscht. Und das sind jetzt nicht nur irgendwelche verlotterten Typen, die dir das sagen, denen das Rührei von vorgestern vielleicht noch im Bad hängt, sondern das sind IT-Leute. Denen hängt vielleicht zwar auch manchmal das Rührei noch im Bad, aber es sind trotzdem die Leute, die sich auskennen damit, die sich damit auch jeden Tag damit beschäftigen. Es gibt vehemente Warnungen vor der künstlichen Intelligenz. Unter anderem von Bill Gates, von Elon Musk, von Sam Altman, von OpenAI, die ja ChatGPT entwickelt haben. 300 Leute aus dem Sektor haben einen Appell unterzeichnet, dass man das jetzt endlich ernst nehmen muss. Genauso ernst wie Pandemien oder die Atombombe. Es wird gefordert, dass man das dringend auch regulieren sollte und dass man vielleicht sogar die Weiterentwicklung jetzt auch erstmal stoppen sollte. Wir müssen das Rennen hin zu gottähnlicher künstlicher Intelligenz abbremsen, schreibt Ian Hoggart in der Financial Times. Ich habe in über 50 künstliche Intelligenz-Startups investiert und was ich sehe, macht mir Sorgen. Aber auf der anderen Seite, eine bessere Werbung gibt es natürlich nicht, weil wenn jeder denkt, da kommt jetzt was ganz, ganz Großes, gottähnliche Intelligenz. Was macht dann die Börse, was machen dann die Anleger, wenn sie hören, da kommt jetzt was, das ist so mächtig, dass es uns am Ende auslöscht. Ganz klar, sie fragen, wie kann ich da investieren in das Ganze. Künstliche Intelligenz gibt es ja schon seit Jahrzehnten, es ist nichts Neues. Und 2011 ist ja auch schon Watson gekommen von IBM und später Siri und Alexa ins Wohnzimmer. Man hat das jetzt aber nicht so wahnsinnig ernst genommen. Natürlich hat man immer gewusst, da wird im Hintergrund viel gemacht und viel geforscht. Künstliche Intelligenz hat komplexe Moleküle entwickelt. Sie hat die besten Schachcomputer geschlagen. Man hat auch gehört von DeepMind bei Google. Man hat von Debatten da auch gehört, ob das Google-System Lambda, ob das ein Bewusstsein hat oder nicht. Das hat da einer von den Entwicklern behauptet. Dafür ist er dann aber auch rausgeschmissen worden von denen. Sehr spannend alles, aber noch nicht so börsenrelevant. Aber dann kam ChatGPT und alles war anders. Jeder hat selber sehen können, was schon alles geht und dann hat es sich natürlich überschlagen. Und die ganzen anderen generativen Programme sind ja auch gekommen. Die Bildgeneratoren, die Übersetzungsprogramme. Und man sieht jetzt eben auch, KI textet, KI gestaltet, KI programmiert, KI besteht Examen und KI besiegt die besten Go-Spieler. Und jeder haut jetzt natürlich was raus. Und jedes Unternehmen hat jetzt natürlich auch eine KI-Strategie. Und die entsprechenden Aktien, die sind hochgeschossen. Ich habe das Thema hier bis jetzt nur am Rande behandelt. Ich habe zwar im Januar Halbleiteraktien relativ positiv besprochen. Also dass man jetzt eben dann mal nachdenken könnte über antizyklische Käufe. Wegen künstlicher Intelligenz, aber natürlich auch wegen anderer Sachen. So wie Internet der Dinge oder autonomes Fahren und so weiter. Ich habe hier auch öfter mal Baidu besprochen. Mit Sicherheit einer der führenden KI-Konzerne in China. Meiner Meinung nach auch immer noch unterbewertet. Dann natürlich NetDragon Websoft. Das erste börsennotierte Unternehmen, bei dem eine künstliche Intelligenz inzwischen auch einen Vorstandsposten bekommen hat. Nämlich die entzückende TangYu. Für die, die es nicht gesehen haben, das ist kein Scherz. Und nicht zu vergessen natürlich auch das Video darüber, ob wir als Anleger auch dann noch Chancen haben, wenn die Börsen dominiert werden von künstlicher Intelligenz. Eigentlich doch ein paar ganz interessante Themen, muss man im Nachhinein sagen. Und in dem Zusammenhang zum Kanalabo geht es hier unten. Jedenfalls, die Börsen, zumindest in den USA, die sind von diesem KI-Boom dieses Jahr regelrecht gerettet worden. Der Markt ist hauptsächlich hochgezogen worden von einigen wenigen Wachstums- und Technologieaktien. Und es gibt jetzt aber auch plötzlich wieder so eine Art gesamtwirtschaftliche Perspektive, weil man davon ausgeht, durch künstliche Intelligenz kommen jetzt auch große Produktivitätssteigerungen. Und zwar in fast allen Sektoren. Und vielleicht löst die KI ja auch ein weiteres Problem, nämlich den Arbeitskräftemangel. Es fehlen ja überall Fachkräfte, dadurch gibt es auch Inflationsdruck, weil die wollen ja alle immer mehr Geld haben. Aber die werden sich noch wundern, das undankbare Pakt, weil die werden jetzt nämlich auch alle ersetzt durch künstliche Intelligenz. Und das ist natürlich erstmal das härteste Thema. Bei China Unicom, einem chinesischen Telekom-Konzern, wo man sich damit viel auseinandersetzt, da geht man davon aus, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre 50% aller Arbeitsplätze in China zumindest signifikant betroffen sein werden von künstlicher Intelligenz. Und bei Goldman Sachs, da geht man davon aus, dass früher oder später sogar zwei Drittel aller Arbeitsplätze davon betroffen sind. Die werden jetzt nicht alle ersetzt werden, sagt man da. Bei den meisten wird sich die Tätigkeit nur verändern, mal mehr, mal weniger stark. Aber weltweit könnten doch ungefähr in den nächsten Jahren 300 Millionen Vollzeitarbeitsplätze wegfallen. Auf der anderen Seite erhofft man sich aber natürlich auch zusätzliche Produktivität. Und zwar von 1,5% pro Jahr die nächsten 10 Jahre bei Goldman Sachs. Und allein dadurch könne sich das globale Bruttoinlandsprodukt in dieser Zeit um 7% zusätzlich steigen oder um ungefähr 7 Billionen Dollar. Also ein großer Schub nochmal. Das ist dann sozusagen die Perspektive für den Aktienmarkt. Aber wie schlimm wird das für die Arbeitnehmer? Ist natürlich schwer absehbar noch im Moment, aber nach allem, was wir wissen, nach allem, was sich abzeichnet, muss ich sagen, ich fürchte, es wird doch ganz schön reinhauen. Man kann sich jetzt natürlich mokieren über die vielen Fehler, die künstliche Intelligenz noch macht und sich drüber lustig machen. Aber das, was sie jetzt schon kann, ist doch beeindruckend. Und wir sind ja auch erst am Anfang. Und es gibt eben auch jetzt schon unzählige Versuche und Anzeichen dafür, dass man versucht, menschliche Arbeitsleistung zu ersetzen damit. Das ist auch das Einsatzgebiet der nächsten Jahre, erklärtermaßen. Ich wüsste auch nicht, wie man das verhindern sollte und womit. Es war aber in der Geschichte auf der anderen Seite immer so, das Bild hier haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, Zerstörung eines Webstuhls im Jahr 1812. Der Webstuhl war für viele Leute damals auch eine Monstermaschine. Hochkomplex und er hat viele Existenzen auch zerstört. Auf der anderen Seite hätte man ihn verbieten sollen und alle anderen Erfindungen, wo würden wir dann heute stehen? Und die neuen Maschinen, die haben allesamt in der Geschichte Arbeitsplätze vernichtet. Sie haben aber die Produktivität erhöht. Und solange das so ist, sind auch immer wieder neue Arbeitsplätze entstanden. Zumindest bis jetzt war es immer so. Ist aber für die, die keinen solchen Arbeitsplatz bekommen, natürlich auch ein schwacher Trost. Wie sieht es mit dem Produktivitätsschub aus? Kriegen wir den wenigstens? Kriegen wir diesen Wirtschaftsboom durch KI? Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. KI ist eine technologische Revolution, gar keine Frage. Aber wir haben auch schon andere solche Revolutionen erlebt. Zum Beispiel 80er, 90er Jahre die Computerrevolution. PCs in jeder Firma und in jedem Haushalt. Und danach dann Internet natürlich, Smartphone, mobile Datenübertragung, alles Dinge. Dadurch hat sich die Welt massiv verändert. Viele können sich ja auch gar nicht mehr vorstellen, wie die Leute früher überhaupt irgendwas hinbekommen haben, ohne all das. Dabei haben sie sogar Flughäfen gebaut damals. Und die Bahn war pünktlich. Aber jedenfalls, die Möglichkeiten dadurch, die sind natürlich immens gestiegen. Aber trotzdem, das Wachstum in diesen Jahren, das war nicht mehr so toll im Vergleich zu vorher. Und es gibt ja auch den berühmten Spruch von Robert Zolloff, Nobelpreisträger. Der hat gesagt, den Computer sieht man überall, außer in der Produktivitätsstatistik. Woran es auch immer liegt, ob der Wachstumsbeitrag dadurch eben doch nicht so hoch war oder ob man das mit anderen Dingen wieder vergeigt hat auch. Aber es hat nicht unbedingt den Wahnsinnswachstumsschub gegeben in diesen Jahren, den man sich damals natürlich ja auch schon erhofft hat. Und was heißt das jetzt möglicherweise für die Börse? Wenn man sich die Analysten anschaut, dann kann man sagen, die sind überwiegend fast alle optimistisch bis euphorisch. Stellvertretend hier zum Beispiel eine Aussage von einem von Morgan Stanley. Die ganzen Memestalks und Cannabis-Aktien, das war alles Quatsch. Aber künstliche Intelligenz, das ist es jetzt wirklich. Das hat jetzt Hand und Fuß. Es gibt aber auch andere Meinungen und eine ist mir ganz besonders aufgefallen. Imad Moustak, der Chef von Stability AI, die haben Stable Diffusion entwickelt, der hat auf einer Konferenz von der UBS gesagt, das wird die größte Blase aller Zeiten. Tja, das Gute daran ist, er hat nicht gesagt, das ist die größte Blase, sondern es wird die größte Blase. Er meint nämlich auch, wir sind da gerade erst am Anfang, aber es wird eben ein Riesen-Investment-Thema, da wird immens Geld reingepumpt werden, weil auch alle ganz genau wissen, wer nicht dabei ist, der wird vom Markt abgestraft. Wäre ja eine tolle Sache, wenn wir da erst am Anfang sind, dann kann man da ja jetzt auch noch einsteigen als Anleger und diese Superblase dann auch mitnehmen. Aber man muss sich schon über eins im Klaren sein, würde ich sagen. Wir sind in einem Hype und der ist wahrscheinlich grundsätzlich auch berechtigt. Aber denken Sie auch dran, welche anderen Hypes es eben schon gegeben hat, die ja auch grundsätzlich berechtigt gewesen sind. Und da geht es mir jetzt auch nicht nur um den neuen Markt oder so, wo ja auch damals nicht alles schlecht war, aber das meiste davon hat es eben trotzdem nicht geschafft. Aber auch eben die anderen Segmente, man hat ja damals gewusst, der Computer kommt, das Internet kommt, Mobilfunk kommt und so weiter. Das wird die Welt verändern und es hat auch die Welt verändert. Aber was für Aktien hat man gekauft, was es eben gegeben hat damals. AOL, der Internet-Gigant, Nokia, Mobilfunk-Gigant, Blackberry, Xerox, Sun Microassistance, die gibt es wenigstens alle irgendwie noch. Aber Netscape, Compaq, Wong Labs, alles auch mal super Wachstumsunternehmen gewesen, die gibt es nicht mehr. Und Google, die gab es damals noch nicht mal als börsennotiertes Unternehmen. Und Apple waren in einer schweren Krise, die hat auch keiner angefasst. Die einzigen, von denen man vor 20 Jahren überzeugt gewesen ist und von denen man immer noch überzeugt ist, sind Microsoft und Amazon, gefühlt zumindest. Das heißt, man sieht den Boom, der kommt. Man sieht aber nicht, wo geht die Reise genau hin und wer setzt sich dann auch durch. Man sieht auch nicht im Moment, ist Superintelligenz jetzt was, mit dem man auch viel Geld verdienen wird die nächsten Jahre. Oder kriegt man es in 10 Jahren an jeder Ecke. Und es ist so ein Standard-Massenprodukt wie Waschmittel oder sowas. Und es gibt wahrscheinlich die nächsten Jahre auch zig KI-Aktien, die dann durch die Decke gehen werden. Da kann man sich dann kurzfristig natürlich dranhängen. Aber ein Teil von denen wird mit Sicherheit nicht überleben. Und auch die, wo man im Moment sagt, das sind jetzt die großen Profiteure, Alphabet, Microsoft, Navidia und so weiter. Auch da wird irgendwann mal der Tag kommen, wo das zumindest kurzfristig angezweifelt wird auch. Darum ist es eben gerade in so einem Boom-Sektor fast unmöglich zu sagen, das sind jetzt die Profiteure, die muss man haben. Sondern gerade solche Aktien in so einem dynamischen Sektor, die muss man genau im Auge haben. Immer, man kommt da auch nicht drum rum. Und meine Meinung ist eben, man sollte sich da jetzt auch nicht verrückt machen. Natürlich ist künstliche Intelligenz ein spannender Sektor. Das heißt aber nicht, dass man ihn jetzt irrwitzig übergewichten muss. Der Königsweg für ein gutes Portfolio ist und bleibt trotzdem ganz genau. Da haben wir es wieder. Streuen. Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz? Jetzt mal abgesehen von den Verwerfungen am Arbeitsmarkt, abgesehen auch von Missbrauchsmöglichkeiten, von Manipulationsmöglichkeiten, die es da natürlich gibt. Weil das, was wir zum Beispiel auch an Chatbots haben, das sind ja auch nicht die künstliche Intelligenz in Reinform, sondern die sind mit einem Riesenaufwand schon geglättet worden. Weil eigentlich sind das dumme, primitive Rüpel. Die sind trainiert worden mit dem ganzen Dreck und dem ganzen Schwachsinn aus dem Internet. Nur, wenn man ihnen diese unangemessenen Sachen wieder abtrainieren kann, dann kann man ihnen natürlich auch alles andere abtrainieren und antrainieren. Und damit dann die Leute ja letztlich auch manipulieren. Aber werden sie uns irgendwann mal auch auslöschen? Gut, ich kann es nicht belegen natürlich. Ich persönlich sehe die Gefahr jetzt erstmal nicht oder es macht mir nicht so die Sorgen. Das Üble an KI ist, finde ich, sie ist dafür geschaffen, dass sie das übernimmt, was eigentlich das Besondere an uns ist. Denken, Planen, Forschen, das Schöpferische und die Fantasie. Und sie hat jetzt schon mal unser komplettes geistiges und künstlerisches Erbe. Und das kann sie jetzt übernehmen und da weitermachen. Und faul und fett und bequem, wie wir nun mal sind, überlassen wir ihr das wahrscheinlich auch sehr gern. Und man kann natürlich als Mensch jetzt trotzdem auch noch versuchen, dass man nach Höherem strebt. Aber alles, was ein Mensch zum Beispiel komponieren kann in seinem ganzen Leben, das schafft eine KI in zwei Sekunden und schreibt nebenher noch Wanderhure 20 bis 100. Und wir werden sie dafür lieben. Sobald wir die KI haben, die wir haben wollen, ist alles, was wir selber noch können, entwertet. Und auch wenn wir uns dann ganz toll fühlen mit der künstlichen Intelligenz, aber es ist vielleicht wirklich dann doch so eine Art Ende der Menschheit. Und der Mensch wird dann vielleicht auch zu einer Lebensform, wo es sich für die künstliche Intelligenz gar nicht mal lohnen würde, dass sie ihn auslöscht. Und natürlich frage auch ich mich manchmal, wann ist die künstliche Intelligenz so weit, dass sie auch meinen Job ersetzt. Und die einzige Chance, die ich habe im Moment, das ist, dass ich jetzt noch möglichst viele Kanalabonnenten kriege. Darum unterstützen Sie mich, abonnieren Sie meinen Kanal. Es geht hier selbstverständlich nicht nur um mich, sondern das Ganze ist ja auch irgendwo ein Menschheitsprojekt und eine Schicksalsfrage für uns alle. Aber bevor es jetzt zu deprimierend wird mit dem Thema, ich habe ChatGPT gebeten, dass es zum Schluss hier für uns einen Witz erfindet, über die Börse. Und da ist er auch schon. Also, warum hat der Aktieninvestor einen Schirm gekauft? Weil er Angst hatte, dass seine Aktienkurse in den Keller gehen und es an den Börsen zu einem Regenschauer kommt. Okay, sogar Philipp Amthor ist witziger. Aber es hat auch sein Gutes, wie Sie sehen. Vielleicht haben wir alle noch ein paar Jahre, bevor die KI in allem besser ist als wir. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.